Aufstehen! Aufstehen, Mensch! Und nehmen Sie Haltung an. Machen Sie gefälligst Meldung, Herr... ...Leutnant. Wo ist Ihre Einheit? Wir sind doch hier nicht. Bei den Hotten, Totten. Plünderer werden in der deutschen Wehrmacht standrächtlich erschossen. Warte, haben Sie schon vergessen, wie wir das machen? Bleiben Sie stehen! Sie sollen stehen bleiben! Da! Ach! Egal! Ah! Egal! Egal! Der Sterfende nimm ich! Das könnt ihr, das könnt ihr ja doch nicht tun! Ah! 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 Lust auf keiner, Gigi! Wir kommen heim, Gigi, ja? Wir kommen heim! Leitner Hand, verhaften Sie diesen Mann! Und bringen Sie mich hier weg! Leitner Hand! Ich darf Ihnen melden, der Russenjunge ist Keuer. Und dieser Junge hier ist Müller. Müller wie so viele. Noch können Sie alles wieder gut machen. Alles wieder gut machen! Leitner Hand! Ihr braucht doch was zu fressen. In meinem Lager. Da gibt's alles! Im weißen Haus! Hinter dem Theaterkeller! Wir fahren hin! Deutsche schießen hier auf Deutsche. Ich bin deutscher Offizier. Ihr könnt mich da jetzt nie alleine lassen. Ich bin deutscher Offizier. Ich bin deutscher Willen. Jetzt ist es einfach aus.